Heute war ein schwaches Auswärtsspiel in Tramin. Ich glaube wir sind mit der richtigen Instellung im Feld reingegangen. Ich habe mich schon mal gekannt, dass wir ins Null schießen. Das war ein Eckball, der das Zukunft von Tramin Radwerk aussieht befördert worden ist. Fabian hat sich noch ein Herz genommen und einen schönen Schuss in den langen Ecken. So und zu Null geschossen. Leider haben wir noch kurz drauf so und zu uns gekriegt. Nach einem Kanter hat Peter Martin so und zu uns geschossen. Die zweite Halbzeit ist abgegangen. Ich glaube wir hatten keinen gewinnen. Wir hatten noch weit kein Spiel verlieren durch einige Chancen. Wir sind auch gehabt. Wir aber leider auch. Deswegen müssen wir sagen, dass es recht unentschieden ist. Wir können mit diesem Punkt gut leben. Das ist ein guter und wichtiger Punkt für uns gewesen. Das ist ein guter und wichtiger Punkt für uns gewesen.